So, den nächsten Song, da geht es auch wieder um eine gescheiterte... Es geht aber eher darum, dass... Sie will noch und er nicht. Wer? 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 So allgemein gesprochen. Ist jetzt nicht auf Personen bezogen. Und das ist ganz interessant, also ich fand es interessant. Da habe ich mal, wenn man so im Internet falsch abbiegt, landet man ja irgendwo. Und da bin ich irgendwie auf YouTube bei diesem Video gelandet. Aber ich habe nicht nachgesucht, ich habe irgendwas anderes gesucht. Und dann habe ich nur rangeklickt. Das war so eine Schülerband auf so einer Bühne, auf so einer Aula. Und dann hat der Typ das gesucht, der war irgendwie 18 oder 16 oder so. Und ich dachte so, was ein krasser Text. Also für so einen jungen Menschen. Und der hat es wirklich selber geschrieben. Also er steht zumindest als Rechteinhaber da drin. Ja, und dann habe ich das den Jungs hier vorgespielt. Die haben gesagt, ja, berührt uns. Und dann haben wir es gespielt. Eingespielt. Schau dir verständnisvoll zu. Spiele dir vor, wie leid es mir tut. Zähle die Sätze auf, die man eben so sagt. Tränen schießen in dein Gesicht. Kommt schon, so schlimm ist es nicht. Und der letzte Schluck ist warm und schmeckt bitter. Der letzte Zug brennt so wie immer. Der letzte Schluck ist warm und schmeckt bitter. Es ist warm und schmeckt bitter. Und wenn ich dir sage, wie sehr ich dich liebe. Und wäre das ne Lüge. Aber reicht dir das, reicht dir das. Das reicht dir das. Am Ende des Himmels. Und der letzte Schluck ist warm und schmeckt bitter. Und der letzte Schluck ist warm und schmeckt bitter. Und wenn ich dir sage, wie sehr ich dich liebe. Und wenn ich dir sage, wie sehr ich dich liebe. Und wäre das ne Lüge. Aber reicht dir das, reicht dir das. Ich pack meine Sachen ziemlich an. Und du schreist mir hinterher. Ja, vielleicht kann es sein, dass ich's gar nicht versuch. Und mit der Zeit bin ich immer schon gerannt. Du packst deine Sachen, ziehst dich an. Und ich schreie hinterher. Ja, vielleicht kann es sein, dass ich's gar nicht versuch. Und mit der Zeit bin ich immer schon gerannt. T육verlangen volatility Auch heil mich nicht, auch lohnt sich nicht Auch heil mich nicht, auch lohnt sich nicht Der letzte Schluck ist warm und schmeckt bitter Der letzte Zug brennt so wie immer